Ich habe jetzt die Tiroler Meisterin der mittelschweren Klasse bei mir, Marie Heimswarowski. Liebe Marie, ist es dein erster Meistertitel heuer? Mein dritter. Also heuer schon, aber Tiroler Meistertitel ist es mein dritter. Dein dritter Meistertitel. Hast du ihn schon in anderen Klassen erworben oder immer in der mittelschweren Klasse? Das ist zum ersten Mal in der mittelschweren Klasse. Der erste war bei den Junioren und dann bei den jungen Reitern der zweite. Okay, welche Ziele verfolgst du denn noch mit deinem Pferd Preziosa? Ja, die Preziosa hat mein ganzes Leben eigentlich auf den Kopf gestellt, weil ich wollte für mein anderes Pferd zurück nach Tirol kommen, weil ich lebe eigentlich in London. Und mein anderes Pferd war leider lahm und der ist jetzt 18 und ich habe mir gesagt, jetzt möchte ich eine Turniersaison noch gehen. Jetzt ist der aber leider lahm gewesen. Jetzt habe ich die Preziosa von meiner Mama bekommen. Die hat mir die zur Verfügung gestellt und jetzt läuft es so gut und ich habe so eine Freude mit ihr. Ja, jetzt müssen eben neue Ziele gesteckt werden. Also mein großes Ziel war immer einmal eine Kür zu reiten und das haben wir eben gestern am Abend gemacht und da hat sich ein Traum erfüllt und jetzt müssen wir uns neue Ziele suchen. Ja, das sind fantastische Worte von dir mit der Preziosa. Kannst du noch irgendwas über ihre Stärken sagen? Partner Pferd, was liebst du an ihr? Sie ist sehr selbstbewusst und sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und die Preziosa ist die perfekte Lehrerin für mich, weil die ist wahnsinnig sensibel. Wenn ich einen Fehler mache, dann zeigt sie mir das sofort. Und jeden Tag testet sie mich aufs Neue und schaut immer, ob sie sich durchsetzen kann. Und ich glaube, auf der Preziosa habe ich dann erst so richtig reiten gelernt. Also sie lehrt mich jeden Tag. Herzliche Gratulation zum Tiroler Meistertitel in der allgemeinen Klasse und danke fürs Interview. Danke, danke.